Nach der totalen nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation nun ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat Vortex Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit sie die sieben Attribute besser verstehen, die sie special machen. In diesem Kapitel geht es um Wahrnehmung. Leider werden sie es an der Oberfläche mit zahlreichen postnuklearen Ärgernissen zu tun bekommen. Diese furchteinflößenden Bedrohungen haben alle möglichen Formen und Größen und gefährden ihr Überleben. Sie müssen lernen, mit diesen Gefahren umzugehen, auch wenn das zunächst schwer erscheint. Wir haben sie daher ausgestattet mit dem Vortex Assisted Targeting System. Damit können sie die Gefahr erfassen und Schwachstellen ermitteln. Und je besser ihre Wahrnehmung, desto genauer werden sie sein. Sie werden sogar Baby Crockett in den Schatten stellen. Manchmal werden sie fragwürdige Dinge tun müssen. Ihre Wahrnehmung kann in diesen moralisch zweifelhaften Momenten ihre Rettung sein. Üben sie das Stehlen an den Jungen, Alten und Wehrlosen. Während sie sich zum Erfolg stehlen, versuchen sie es mit anspruchsvolleren Zielen und kniffligeren Tricks, um mehr zu erreichen. Aber nicht übermütig werden, Sportfreund. Versuchen sie stets ihre fünf Sinne zu schärfen, aber Wahrnehmung geht noch weiter. Nehmen sie Feinde und Gebiete unter die Lupe, nutzen sie gefährliche Munition und bauen sie eine Fernbeziehung auf. Lesen sie aufmerksam ihre Vortex Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen sie, was sie special macht?